Ah! 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 Was willst du? Warum hilfst du uns? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. Ada! Worauf warten Sie? Ach, gehen Sie ihr nach. Nein. Wir bleiben zusammen. Tolles Geschenk. Da ist unser Rückflugticket. Wenn wir es erreichen können. Nein. Nein. Wahrscheinlich Simons, oder? Ich hab keine Ahnung. Doch. Ich leide ein bisschen unter Muni, Knappheit. Genug ist genug. Endlich kriegen Sie, was Ihnen zusteht, Simons! Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Wie sollen wir den jetzt wieder besiegen? Das ist doch ein... Er hat's... Kissen. Er versperrt den Ausgang. Überall sind es verfickte Zombies. Oh Mann. Das ist doch ein Witz. Der Typ ist einfach nicht tot zu kriegen. Nimm die Magnum. Jetzt geht's richtig. Auf die Fresse. Was ist das, Simons? Jetzt los! Schneid zum Heli. Schnell! Keine Zeit verlieren, bevor er sich wieder erholt. Das dachten wir letztes Mal auch. Alter. Ist doch nicht normal, Alter. Wie oft er noch kommt. Der C-Virus ist echt übel. Da kannst du mir sagen, was du willst. Shit, Alter. Wir müssen zu diesem Helikopter. So, wie ist das? Es knallt, Mann. Das gibt's nicht. Auf zur Landeplattform. Nicht stehen bleiben. Obwohl... Um Muni zu sammeln, schon. Äh... Hier, das Tor. Dabst du auf, komm schon. Oh Mann. Oh Mann. Hier hoch, oder? Ja, jetzt gehst du. Oh. Ah, okay. Ich komm. Besser ist es. Nicht nah, dass Simons doch noch am Heli kommt. Und er kommt. Ich weiß es. Der Typ ist einfach, nicht tot zu kriegen. Das ist ja so schlimm. Komm her, wir müssen in das Teilchen schieben. Ja, ja, ja. Ah nein, du musst mich rüberschmeißen. Alle, hallo! Oh, was zum Teufel. Leon! Alles okay. Holen Sie mich nur hier raus. Ja, super. Verstanden. Na, super. Äh... Ich hole dich raus, keine Sorge. Ja, beeil dich. Da wölben wir uns so eine riesige Insekt langsam. Ich schieße ein bisschen mit der Magnum drauf. Das gefällt ihm nicht so. Ja! Wie schmeckt dir das? Ich muss manchmal den Weg freikämpfen hier. Beeil dich. Verdammt, ich muss das Ding hacken. Ich... Warte, 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 warte. Das ist ja eine Riesen-Motte. Nein, nein, nein! Ah, jawohl. Das gefällt ihm ganz und gar nicht. Also, ich hecke. Ja, beeil dich. Was immer Sie tun, es funktioniert. Ich passe auf Sie auf. Na los! Simmons! Du hässliche Motte! Na los! Oh, oh. Ja. Daneben, Fäinchen. Ich glaube, jetzt macht es ihm nichts mehr aus. Er hat gelernt zu fliegen. Beeil dich! Helena, was ist los? Moment, ich kümmere mich darum. Beeil dich! Die Zombies unterbrechen mich die ganze Zeit. Ja, hehehe. Was soll ich sagen? Ich werde gleich... Falter, Raghu. Verdammt, man lasst mich doch in Ruhe. Okay. Jetzt komm. Zombie! Weg von mir! Hässlich am Zombie. Denkst du, ich hatte hier, äh, nichts zu tun, oder was? Nein, das habe ich ihm nie gesagt. Aber ich hatte den fetten Falter im Genick. Jetzt komm auf, zur Tür auf. Okay. Geschafft. Hier. Muni. Ich glaube, das war's noch nicht. Simmons kommt nochmal, der kann fliegen. Das ist übel. Wir müssen zum Helikopter. Los, los, los. Verdammt. Wollang? Hier hat Muni. Ja. Bin schon auf dem Weg. Gut, gut, gut. Und jetzt? Einfach drüberspringen, oder was? Tatsächlich? Ich glaube, es geht schon. Was zum Teufel macht, ja. Er wird noch, wir sind noch ekelig. Und noch gefährlicher. Das ist doch nicht wahr. Okay, wir müssen den Mistkerl runterholen. Ja, ja, wir müssen den Mistkerl runterholen. Hast du ihn gehört? Unseren Action-Helden. Wow. Alter. Irgendwie. Ich weiß nur nicht wie. Ich glaube, wahrscheinlich auf die gelben Dinger schießen. Ja, ich schieße doch schon. Aber wenig. Na, los. Auf die Beine. Auf die Beine. Weg mit dir, du hässlicher Zombie. Na, tschüss. Oh, die Zombies machen mir auch noch zu schaffen hier. Aber sie lassen Muni fallen. Das ist ganz gut. Ja, wenigstens etwas. Weg mit dir. Und... Oh, Mann. Da ist er wieder. Ja. Leon, Achtung! Wow! Die Fäuserin gleich aufschnitten! Alter. Na, los! Was ist denn das, Alter? Boah, ist das eklig, Alter. Das ganze Kich ist eklig. Ah, was. Alter Simmons, du Bastard. Weg mit dir. Irgendwie muss er doch zu töten sein. Das gibt es doch nicht, dass der so unglaublich stark ist. Der ist stärker als alles andere. Was es jemals gab in Resident Evil. Alter. Alter. Auf die Beine. Auf die Zunge. Mir sieht die Muni aus. Mir auch. Das hat ihm wehgetan. Au. Ein Bein ist weg. Ja, sehr schön. Das zweite auch. Gut, gut. Noch ein Bein und er fällt runter. Was wird das, wenn es fertig ist? Idiot. Jetzt noch ein Bein. Ach, hau ab, Zombie. Keine Zeit zum Spielen. Tschüss. Du hast das Ding. Steck ihn rein. Steck ihm das Ding rein. Hier, du Zombie. Nicht den Zombie. Doch, weil er das dann nimmt. Sehr schön. Komm her. Eine nette Umarmung. Ah, hau ab. Ah, Mann, Alter. Alter, stirb mir nicht weg, Junge. Ich nehme Spray. Okay. Das war mein letztes. Wow. Wow. Okay. Auf die Beine. Okay. Ja, und noch eins. Komm. Weil es so schön war. Renegarier dich doch wieder. Simmons. Oh, oh. Mann, ist vernichten. Aber sich ja auch kein anderer krallen kann. Jetzt verstehe ich. Ja, oh. Jawohl. Ich glaube, es stutzt gleich ab. Alter. Er hat nur noch zwei. Komm her, Zombie. Auf die Augen. Was? Jetzt ziehen sie ab. Auf die Augen. Welche Augen? Ja, welche. Wo ist eine? Ja, ja. Ich habe schon drauf geschossen. Oh. Ich glaube, endlich haben wir ihn. Ja, genau. Ja, ich stecke ihn hier rein. Ja, genau. Und jetzt. Verfackel in der Hölle. Geschafft. Ja. Bitte, bitte, leg den Rest, Alter. Auf zum Heli. Der Boden ist instabil. Los, 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 los. Der Boden ist instabil. Wohin willst du? Hier lang. Zum Heli? Wohin will ich? Los, los, los. Die ganze Bude bricht auseinander. Ich hoffe, wir kommen diesmal ohne Komplikation weiter. Simmons ist noch nicht erledigt. Glaub mir. Was sag ich? Kannst du nicht die Klappe halten? Er will einfach nicht sterben. Oh Mann. Raketenwerfer. Geladen. Anschoss. Was ist das? Das gibt ihm den Rest. Er ist tot. Was für ein Albtraum das war. Das Umbrella-Zeichen. Jetzt ist es das Umbrella-Zeichen. Für meine Schwester. Na los, auf zum Hubschrauber. Oh, Junge, Junge. Leon, das sind... Beweise für Simmons' Schuld. Und somit für Ihre Unschuld. Unsere Unschuld. Ich brauch das nicht. Helena. Gute Nachrichten, Leon. Wir haben einen Weg gefunden, den Virus zu besiegen. Roger, wir kommen zurück. Bis später. Dann los. Wir haben einen Weg gefunden. Wow! I chose den Felix cap Sch administrall, wird vor allem nicht öffert. Und zwar drei,�ыпielten Versorgung. T clinically Doctorsbrauchen. Die體üren nicht jinigen. ités Oceanos. Machines. Wir dre분 Jungs. Es ist an der Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Dankeschön. Ich bin bereit. Was? Meine Rolle beim Angriff? Die Untersuchungskommission hat die Beweise überprüft und abgelehnt, sie verantwortlich zu machen für Simmons' Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Aber... Der Präsident hätte das Gleiche getan. Also gut. Wollen wir uns dem Team anschließen? Leon! Wenn sie sie wiedersehen. Neue Frauen. Ende. Part 1 2 3 5 5 6 6 6 6 7 7 8 10 11 11